13 13 Tätigkeiten Was macht Marta? Sie arbeitet im Büro. Sie arbeitet am Computer. Wo ist Marta? Im Kino. Sie schaut sich einen Film an. Was macht Peter? Er studiert an der Universität. Er studiert Sprachen. Ein Peter? Wo ist Peter? Im Kaffee. Er trinkt Kaffee. Wohin gehen Sie gern? Wohin gehen Sie gern? إلى الحفلة الموسيقية. Ins Konzert. Ins Konzert. Sie hören gern Musik. Sie hören gern Musik. Sie hören gern Musik. Wohin gehen Sie nicht gern? Wohin gehen Sie nicht gern? إلى al Disco. In die Disco. In die Disco. Sie tanzen nicht gern. Sie tanzen nicht gern. In die Disco. In die Disco. In die Disco. In die Disco.